Heute haben wir eine heiße Nachricht direkt vom Transfermarkt. Es sieht so aus, als hätte der AC Mailand ein Auge auf unser Juwel geworfen. Lassen Sie uns die Details dieser möglichen Bewegung durchgehen und wie sie unser Team beeinflussen könnte. Bleiben Sie bis zum Ende dran, um keine Einzelheit dieser Geschichte zu verpassen. Geben Sie dem Video bereits ein Like, um Ihre volle Unterstützung für unseren Verein zu zeigen. Laut den neuesten Informationen von Calcio Mercato, IT hat der AC Mailand ein Auge auf die Position des rechten Verteidigers Joe Skelly geworfen, um seinen Kader zu verstärken. Und der Name, der im Fokus des italienischen Riesen steht, ist unser Talenteater Joe Skelly. Der Spieler, der bald 21 Jahre alt wird, hat sich beim Borussia Mönchengladbach einen Namen gemacht und scheint die Aufmerksamkeit der Rossoneri auf sich gezogen zu haben. Skelly, der bis zum Sommer 2027 einen Vertrag bei uns hat, ist ein US-amerikanischer Rechtsverteidiger, der bereits Erfahrungen mit anderen Landsleuten wie Christian Pulisic und Yunus Musa in der US-Nationalmannschaft teilt. Seine Jugend, seine Fähigkeiten auf dem Platz und sein Wachstumspotenzial haben ihn zum Interessensobjekt gemacht, nicht nur für den AC Mailand, sondern für verschiedene europäische Vereine. Ein möglicher Abschied von Skelly zum AC Mailand würde Veränderungen in unserem Team mit sich bringen. Seine solide Präsenz auf der rechten Seite ist entscheidend, und seine Integration in das Team war bemerkenswert. Die Borussia-Fans würden sicherlich das Talent und die Energie vermissen, die Skelly auf den Platz bringt. Die Frage steht im Raum, wird Joe Skelly seine Geschichte beim Borussia weiterschreiben oder sich der Herausforderung stellen, in der Serie A mit dem AC Mailand zu spielen? Die Entscheidung liegt beim Spieler, aber sicherlich wird Borussia Mönchengladbach ihn in jedem Fall unterstützen. Und ihr, Borussia-Fans, was haltet ihr von diesem möglichen Transfer? Wird der AC Mailand-Skelly nach Italien holen? Bleibt dran für weitere Updates und teilt in den Kommentaren eure Erwartungen. Bis zur nächsten Nachricht, hier auf dem Kanal von Borussia Mönchengladbach. Johannes Mönchengladbach Untertitelung des ZDF, 2020